So, jetzt halb ich. So, was passiert wohl, wenn man... ...einen... ...zündet? Naja, sieht auch nicht... Krass. Alles, ich fotografiere hier mal weiter, ja? Super. So, das war eine. Krass. Jetzt schwenken wir mal rüber. Nicht, dass man denkt, meine Herren, wir hätten uns vorbereitet. So, 2.538 Differenzbällen. 2.538 Bälle. Ja, gut, Alex. Gut. Jetzt gehen wir weg. Okay, Alex kann ich wieder weg. Ach, krass. Das war echt so gut windig. Ja, jetzt kommt die Feuerwehr. Krass. Krass. Alter, der Kamin, man. Wenn die Steine springen, haben wir ein Problem. Was machen wir denn jetzt, weil Frank kommt? Der kommt nicht. Krass, Alter. Das ist übertrieben hoch, man. Mein Gott, ich soll aufhören. Ist der Wahnsinn. Ihr ist okay. Ich hab dein Sack hier und in diesem Wagen geworden, oder? Ich hab, ähm, ich möchte gerne ganz schnell in den Hose kommen. Haha. Ich muss schon denken. Ah, halt. Ich muss nicht ganz so schnell, weil... Ich hab auch noch Schiss vor diesen Steinen. Ich hab' den Schiss vor diesen Steinen. Ich hab' den Schicksal an. Krass. Tschüss. Tschüss. Tschüss.